Musik So, herzlich willkommen beim neuen Video. Ich glaube das letzte was man als Overlander möchte ist irgendwo mitten in der Wallachai stehen zu bleiben und keinen Diesel mehr zu haben. Oder bei uns in unserem Fall irgendwo nicht mehr genug Sprit zu haben und dann die Standheizung nicht laufen lassen zu können. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir an unserem Canopy Camper den Reservekanisterhalter, also den Cherry Can Holder montieren und immer 20 Liter Diesel als Reserve dabei haben. Genau, das heißt in diesem Video werden wir gemeinsam den Reservekanisterhalter montieren und genau, dann würde ich sagen, jetzt erst mal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist der Halter und ich muss sagen, er sieht wirklich verdammt gut aus. Also, was soll ich sagen, über den Halter kann man jetzt nicht so viel reden, es ist einfach ein Halter und so sieht er aus. Was ich allerdings echt mega begeistert war, er ist viel viel leichter wie er aussieht. Also wenn man ihn hochhebt, er ist überhaupt nicht schwer und das freut mich natürlich mega, weil es war schon immer so eine Sache, klar, wenn man den halt dann dran baut, wo man sich denkt, ist er nicht ultra schwer, ist es dann nicht mega viel Gewicht, wo er nochmal zusätzlich am Fahrzeug dran hängt. Nein, er ist nicht schwer. Also selbst wenn ihr dann nachher kein Kanister drin habt oder ein Lernkanister, die wiegen jetzt auch nicht viel, dann ist es wirklich nicht viel Gewicht, was man mit sich da rumfährt. Genau, also wie gesagt, so sieht er aus. Hier vorne ist noch ein Filz drin, äh besser gesagt so ein Moosgummi drin, damit der Halter geschützt ist und auch nicht so doof rumklackert. Und jetzt würde ich mal sagen, werden wir diesen Halter an das Fahrzeug dran bauen. Ich muss mal gucken, ob man die Platte wegnehmen muss oder ob man es so hingeschraubt kriegt, aber ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir wahrscheinlich die Platte wegnontieren müssen. Genau, aber ist jetzt auch nicht so mega viel Arbeit, hoffe ich. Also wir werden jetzt auf jeden Fall diesen Halter nehmen und einmal hinten an unseren Canopy Camper dran montieren. amt Eigentlich noch ganz willkommen. die mollyplatte ist abgeschraubt und wie ihr seht liegt hier schon und der halter steht hier und ich glaube das ist das aller schnellste einfach kurz diese paar schrauben lösen und dann habt ihr die mollyplate vom camper weg wenn ich das jetzt so sehe muss ich sagen der sieht echt gar nicht mal so gut aus der camper ohne mollyplate also wenn euch den canopy camper kauft schon von der optik her kauft auf jeden fall die mollyplates mit wobei ich glaube die sind mittlerweile eh mit dabei oder die mollyplates ich glaube man kann die gar nicht mehr ohne kaufen naja whatever also wir schrauben auf jeden fall mal den halter dahin wie ihr seht geht auch super schnell sind einfach nur sieben schrauben da rein und dann theoretisch einfach den halter also die mollyplate wieder dran schrauben und dann müsste das eigentlich schon erledigt sein also wir haben hier die mollyplate hier die schrauben vom camper und dann passen in der regel hier eben sieben schrauben da rein jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken schade eigentlich ich glaube die müssen noch aufbohren na klar in dem halter passen sie aber hier passen sie nicht das heißt da brauche ich einmal noch ganz kurz den akkuschrauber und noch ganz kurz und dann kannst du nämlich auch schon losgehen dann bauen wir jetzt einmal ganz kurz auf und der eine oder andere von euch wird sich jetzt denken oh mein gott das rostet dann aber das ding ist eigentlich aus aluminium also johanna zeigt mir grad schweißmagnet ist nicht magnetisch also wird nicht rosten braucht ihr euch keine sorgen machen soll ich mal ganz kurz gucken welche größe wir da brauchen ich habe die normalerweise in so einer box drinne aber für die kiste bietet sich das mehr an also wir brauchen hier ist wahrscheinlich eine 10er würde gehen ja wobei es keine 10er ist eine 6er oder 8er 8er vielleicht wir testen es einfach mal die richtigen gell? die richtige gell? ich versuch's das waren ja 1,2,3,4 ja waren es die untersten oder die zweite reine? ja dann gucken wir jetzt mal so ja die untersten na klar die untersten was eine frage was ich euch natürlich nicht sagen kann wir haben ja noch quasi eigentlich so das prototype modell also einen der allerersten die hier überhaupt auf dem markt gekommen sind von den canopy campern ob die löcher mittlerweile auch aufgebohrt werden müssen bei euch oder ob sie schon vorkonfektioniert oder konfiguriert sind aber ich gehe mal davon aus dass sie auch nicht so sind dass die platte halt so flexibel wie möglich ist aber finde ich super wie gesagt das super easy kann ja mit jedem kleinen baumarkt mit akkuschrauber durch super weiches material also alles kein problem naja also wie gesagt wir machen hier sechs schrauben rein eigentlich kommen da sieben rein aber ich glaube ob die eine mit der unten drin ist oder nicht ist egal passiert schon nichts und unten kommt man eh super hin das heißt wenn unten was sein sollte kann ich sie auch einfach nach wie vor noch im nachhinein rein drücken alles gut also super easy ihr nehmt einfach den halter knallt den hier oben drauf findet die richtigen löcher so dann haben wir im prinzip die einmal so da knallen wir im prinzip eine so eine schraube durch und dann drehe ich den halter einmal um so dann sieht man das besser so dann fangen wir weiß ich nicht irgendwo einfach an am besten hier so und dann geht's los so 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 na klar nehmen wir sieben schrauben ich weiß auch nicht was ich vor zwei minuten geritten hat warum ich nur sechs nehmen wollte alter lachs ey wenn wir sieben haben machen wir natürlich auch sieben rein also so 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 sieht das ganze ding jetzt aus an die molly blade dran montiert der vorteil ist ihr könnt das ding links oder rechts hin montieren die schrauben sind oder besser gesagt die löcher sind auf beiden seiten und den steg hier dass er natürlich immer vorne ist und über dem verschluss von der äh von dem cherry can oder von der diesel kann er von dem diesel kanister ähm könnt ihr den auch vorne also von vorne nach hinten quasi versetzen dann könnt ihr ihn sowohl rechts als auch links am fahrzeug montieren genau also super universell einsetzbar das gerät links und rechts ähm genau und jetzt schrauben wir das ding mal wieder bei uns ans fahrzeug dran und schauen uns mal an wie es aussieht bin mega gespannt und jetzt 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 diese hier das wie ihr sehen könnt fertig montiert ging jetzt nicht mal mehr eine halbe stunde glaube ich also wenn ihr nicht noch filmen müsst dann geht es wirklich super ratzefatz schnell könnt ihr wenn ihr das richtige werkzeug auch habt unterwegs machen also super easy einfach nur aufbohren durchschrauben festmachen wieder hinschrauben das war's und ich muss sagen es sieht schon richtig gut aus also es gefällt mir richtig gut und ja man hat jetzt halt einfach 20 liter diesel immer mit dabei ist das schon echt mega praktisch kurze kleine anmerkung der tank geht natürlich nicht mit das ist noch irgendein den ich bei papa gefunden habe der schon ein paar tage alt aber der wird auch nicht mitgehen wir haben auch ein bestell jetzt schwarz der müsste jetzt auch irgendwann mal kommen der fällt auf jeden fall finde ich fast gar nicht auf aber ist noch mal so das tüpfelchen halt für overlander immer so ein spare kann ist der unfein der vorteil ist ihr könnt ihn hier oben abschließen dann kann euch der diesel auch nicht so schnell geklaut werden wir hatten den diesel kannister und den jerrycan holder jetzt für unsere reise ans nordcup mit dabei und ich muss sagen nach drei wochen auf einer relativ intensiven reise mit sehr kalten temperaturen und krass wie fahrstrecke ja letzten endes ist es immer noch einfach nur einen diesel kannister halter aber dieser diesel kannister halter gibt einem einfach noch mal so ein bisschen mehr sicherheit und einfach so ein bisschen mehr reserve wir hatten 24 7 die standheizung durchlaufen wir waren mit zwei fahrzeugen unterwegs und wir waren teilweise sehr weit draußen sehr remote wo die nächste tankstelle einfach super weit weg ist wenn man einfach aus schnee szenarien nicht mehr rausgekommen ist sich frei kramen musste die motoren ständig gelaufen sind dann kann man sowas einfach nicht wirklich 100 prozent gut einschätzen und man ist ganz schnell an dem punkt wo man mal irgendwie zu wenig diesel dabei hat oder wo einfach die tanknadel dann doch kurz vorm roten bereich ist und man nicht so genau weiß reicht es jetzt oder reicht es nicht mehr fallen mit der standheizung und da kommt einfach der punkt hin mit dazu dass man mit so einem 20 liter kanister doch noch relativ weit kommt und dann einfach immer noch im hinterkopf hat ich habe noch eine reserve dabei ich muss mir keinen kopf machen letzten endes habe ich immer ein warmes standheizen zu betreiben und ich werde immer noch irgendwie hier wieder rauskommen aus dem ganzen und das war für uns ein punkt wieso wir uns dazu entschieden hatten auf jeden fall diesen reservekanister halter dran zu montieren und definitiv immer diese reserve dabei zu haben und ich persönlich muss sagen das sieht finde ich auch noch richtig cool aus und ich persönlich würde auf jeden fall den reservekanister nicht mehr müssen wollen für unsere nächste tour und selbst wenn man irgendwo als offroader unterwegs ist im hinterland im gebirge auch da ist so eine sache wenn einem da der sprit ausgeht und man oben liegen bleibt hat man erstmal ein riesengroßes problem und deswegen muss ich ganz klar sagen für overlander und offroader würde ich sagen in diese kanister dabei zu haben ist auf jeden fall ein must have und somit hoffe ich auf jeden fall dass euch das video gefallen hat und vielleicht auch weitergeholfen hat und dann würde ich mal sagen vielen dank fürs anschauen wenn ihr es noch nicht getan hat dann würde ich mich auch riesig freuen wenn ihr ein abo da lassen würdet und dann würde ich mal sagen wir sehen uns hoffentlich im nächsten video ich bin raus haut rein und ciao